Guten Morgen, ein kurzes Video. Hier wurde mal wieder ein Tierbäschchen betrieben von der lieben Bild. Vorgestern bei der Zeitung, sie wollte die Tiere auf dem Hof ihrer Eltern füttern. Schweinebeißen Milena, 17 tot. Hier ein Bild des Schweinenstalls, kann man gut sehen, das sind verängstigte Tiere, sehr eng gehalten. Naja, Russland und Tierschutz, mehr brauchen wir davon nicht zu sagen. Sie sollte sich um die Schweine auf dem Hof ihrer Familie kümmern. Es kostete sie das Leben. Genau, weil ihre Eltern in der Stadt gefahren sind, ist es heute die Aufgabe von Milena, die Tiere auf der Farm zu füttern. Pflichtbewusst geht sie in den Stall. Da wird sie von einem großen, aggressiven, weiblichen Schwein umgeworfen. Hier ist die junge Frau. Junge Russin von Schweinen angegriffen. Die Elftklässlerin stürzt zu Boden und verliert das Bewusstsein. Dann diese furchtbaren Zähne. Alle anderen Schweine haben sie angegriffen, berichtet die britische Zeitung The Mirror. Ich habe gedacht, The Mirror hat nicht unbedingt den besten Ruf. Und beruft sich auf lokale Medien. Demnach fügen sie dem Teenager mehrere Wunden an Kopf und Körper zu. Ich meine, Schweine sind alles Fresser. Und wenn die bedroht werden oder essen wollen oder was auch immer, keine Ahnung, kann ich mir vorstellen, dass sie auch einen Menschen angreifen würden. Aber einfach so glaube ich nicht. Es gibt auch liebe Schweine. Diese drei kleine Mini-Bauchschweine hatten einen schlechten Start. Sie wurden einfach von einem Menschen ohne Herz im Wald ausgesetzt. Eingeblendet. Als sie besorgten Eltern sie telefonisch erreichen können, bitten sie eine Freundin ihrer Tochter, einer Melina, zu sehen. Sie finden die Leiche der jungen Frau gegen Mittenach. Rufen geschockt, Nachbarn zur Hilfe. Sanitäter werden alarmiert. Die Leidtot. Die konkrete Todesursache, Blutverlust. Die Schweine haben die Oberschenkelarterie der jungen Russin aufgerissen. Sau war schon immer gefährlich. Hätte das tragische Unlück verhindert werden können. Laber, laber, laber. Und jetzt stelle ich heute raus, am 28.11., der Nachbar war das Schwein. Also Tierwäschung. Und das war wieder mal der Mensch. Dramatische Wände im Fall der getöteten Milena aus Russland. Zunächst hieß es, bei Bild groß betitelt, die junge Frau sei nach einem Unfall beim Schweinefüttern gestorben. Nun berichten russische Medien, der Nachbar hat das Mädchen niedergeschlagen und im Stall zurückgelassen. Dann hätten die Schweine Milena tot gewesen. Das könnte, glaube ich, sein, ja. Wir berichten zufolge, war der Nachbar auf dem Hof von Milenas Eltern, Vater im Dorf Uschanka, angestellt. Achso, er ist als Mörder vorbestraft. Ja, super. Mit dem Hofbesitzer hat er sich gestritten. Also Menschen haben Streit miteinander und deswegen stirbt der arme Mädchen. Super. Am Samstagabend soll er betrunken in den Schweinestall seine Chefs eingedrungen sein. Er habe Tiere schlachten und dann den Stall zerstören wollen. Gott. Doch er traf darin auf Milena, die gerade die Schweine fütterten. Nachbar soll sie mit Birkenstamm niedergeschlagen haben. Wie russische Medien berichten, seien die Beine im handfesten Streit geraten. Schließlich sei der Nachbar mit einem Birkenstamm auf die 17-Jährige losgegangen und haben sie damit auf den Kopf geschlagen. Als Milena bewusstlos am Boden lag, sei er geflüchtet. Genau. Habe Mädchen. Als der Nachbar weg war, bissen die Schweine zu. Bisher wurde er von ausgegangen, dass Milena beim Schweine füttern von einer Sau angerempelt, musslos wurden und starb. Die Schweine rissen darauf, die Oberschenkelarterie, die jungen Brusten auf, ich starb mit Blutverlusten. Tatsächlich ist es so, dass Schweine über einen ausgeprägten Erkundungstrieb verfügen. Fällt jemand in ihrem Stall um, wirkt bewusstlos und blutet sogar, werden die Tiere so neugierig, dass sie den Menschen durchaus ankauen können. Kann ich mir vorstellen. Durch enormen Beißkraft der Säugetiere können dabei tödliche Verletzungen stehlen. Im Endeffekt war es mal wieder Tierwäsching, ein großer Aufreißer. Bei Bild, Schweine sind die Mörder, haben ein armes Mädchen getötet. Und dabei war das Schwein, wie meistens, wie oft, der Mensch. Ja. Schlechte Mensch hat das Mädchen getötet. Tut mir leid, das Mädchen, da tut mir leid um die Schweine. Wie ich mir die Bilder hier ansehe, wie die gehalten werden. Scheiße. Ciao. Ciao.